Hallo, da sind wir wieder. Heute spielen wir mit einem Stein, aber der Stein sitzt neben mir und ist nicht in-game. Oh, geil. Oh, geil. Hallo. Wir spielen heute Horizon Zero Dawn. In dem Spiel geht es darum, dass es Mörder gibt, die müssen wir stoppen und Maschinen. Und ja, jetzt spielen wir so eine kleine Mission, wo wir ein paar Leute umbringen müssen und da filmen wir einfach mit. Und der Stein ist wie beim Leon letztens kommentiert, einfach mit. Jetzt werden wir eben von diesen Mörderangriffen, wo ich übelst ausdehle. Also jetzt noch nicht, aber... Headshot. 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 Ah, na. Entschuldigung, ich lasse das. Ihr seht's übrigens... Ihr seht's? Bin ja... Sorry. Seht's übrigens links oben, äh, meine Leben und dann drunter den Heel, den ich habe. Wie viele sind da? Noch mehr Verluste verkauft. Ha! Der ist übelst zu von mir. Nein, da springt einfach einig. Hey, hat er den geblockt? Ich glaub schon. Da sind noch mehr! Das sind noch mehr. Wie mein Bruder zogen wird, treffen lernen. Bubble! Oh, Mutter, hilf uns! Ah, endlich. Das sind die Schender. Tschüss. Jetzt einfach, ich muss wissen, das ist so ein, alles ist voll, mittelalterlich, Bogen, Speer. Er denkt sich einfach, nee, und kommt mit einer Minigun. Ich triff natürlich wieder nicht, also so geil. Hey, wir sind keine Kinder. Die Leute denken sich einfach, nee, ich nehme die Minigun. Und die ist übelst okay. Sie ist einfach Rambo. Ja, und dann nochmal Boss Slaked. War eigentlich easy, mich würde sagen. Na, Spaß. Da oben seht sich schon, ist so eine Maschine. Aber heute wird es eher um die Menschen gehen, die wir da umbringen. Die wir da schon sehen. Ah ja, das ist so ein Fokus, den ihr habt. Da sehe ich alles auch durch die Wand. Das heißt, ihr Wallhack. Und den da schießen wir direkt jetzt einmal. Oder soll man ihn ausstechen? Ich glaube, oh. Die sind dumm nämlich, deswegen machen wir es so. Wir stechen dann einfach ab. Der hat das nicht gesehen. Irgendwie schon. Und wir stechen den ab. Perfekt. Die ersten zwei Wochen haben wir eliminiert. Wie wir es nicht an auf Sneaky Pete machen. Achso, wie wir es außenrum. Ja, mache. Wie wir es nicht wirklich an auf Sneaky Pete machen. Deswegen haben wir mal den leisen Bogen da kauft. Der die One-Shotted. Wir sind nämlich in einer... Ich glaube, da oben ist Anna sogar. Na? Wir sind nämlich in einer Zukunft, wo die Leute vernichtet, alle tot sind. Und jetzt hat es halt neue... Also wir sind die neue Generation. Und wir... Das ist wie in Mittel... Also was rede ich? Wie in der Steinzeit. Wikinger, Steinzeit, so ähnlich. Und wir kämpfen halt nicht gegen Mammuts, sondern gegen Tiere. So Maschinentiere. Und da sehen wir schon, der Glatzer, der ist der Typ, den wir umbringen müssen. Oh, wohnen. Unsere Kraft nützt uns. Maschinendämonen aus den Tiefen der Erde. Ein Alptraum. Den müssen wir töten. Ja, die schlimmsten Träume unserer Feinde werden nun wahr. Ja, erhebt euch. Ich glaube, er will das eigentlich nicht. Ich glaube, er will das eigentlich nicht. Die müssen wir beide töten. Ja, aber einen von denen haben wir doch schon mal getötet. Ja, einen von... Ah ja, es ist so, und zwar, ich habe da eigentlich das Spiel schon mal durchgespült. Aber das spürt sich doch, nee, wir könnten den Spielstand einfach nicht. Und deswegen haben wir jetzt circa eine Stunde spielen müssen, dass wir auf den Spielstand kommen. Wir haben einen Fokus und der tut uns gerade all level. Er geht nicht mehr. Ich suche dir alles. Vielleicht gibt es Eindringlinge. Verzeih meine Einmischung, Aloy. Es ging nicht anders. Wer ist da? Ein Interessierter. Ihre Fokusse sind deaktiviert, doch ich weiß nicht wie lange. Der Rest liegt... Wer ist da? Geil. Haben alle Fokusse deaktiviert oder nicht? Alle Fokusse, das würden die uns ja sein. Kann ihre Art deaktiviert? Der Typ ist direkt gestorben. Was für ein Vollidiot. Hä, wir haben einen besiegt, ohne dass ich einen Pfeil abgeben habe. Geil, ne? Richtig krass. Hey, ich bin einfach Meister Yoda. Ich muss es nicht. Ich muss keinen Pfeil abgeben. Ich töte dich auch so. Aber wir müssen, wie gesagt, auf Sneaky machen. Ja, der hat sich wirklich gerade selbst erschlagen mit so... Rohren. Was? Rohren. Ich glaube, so Baumstämme waren das, ich habe keine Ahnung. Baumstämme. Schau mal, ist da oben wer? Nein. Uff, aber schaut's daneben. Den müssen wir töten. Oh, das eben. Okay, ist tot. Direkt wieder nachgeladen, weil ich bin ein Fanatiker. Ich halte es nicht aus, wenn ich nicht nachgeladen bin. Wo ist der Nächste? Oh, da drüben. Oh, ja, und in dem Game gibt's kein Bulle. Ja, er hätte ihn fast erwischt. Oh, na, wir haben verkackt. Oh, oh. Wir haben Hort verkackt. Warte mal. Oder, außer wir verstecken uns jetzt noch. Kleiner Cut. Wir verstecken uns jetzt. Was macht's ihr da? Auf was schießt ihr? Auf was schießt ihr? Die schießen auf den Ohlin. Hey, der kehrt doch zu ihr an. Ja, was ist mit dem Spül los? Ich hab's schon dreimal bis an die Stelle gespielt. Das ist halt jetzt das dritte Mal. Und die haben noch nie so dumm da. Schwert. Also ich weiß nicht genau, was die machen. Aber sie machen es nicht gut. Genau, da haben wir die Leiche luten. Okay. Hä, er schießt schon wieder auf diesen Ohlin. Was hat der gegen den Ohlin? Oder wer? Ja, das ist der Ohlin. Ja, sie hat die ja nicht da. Ja. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Sie sind irgendwie behindert. Das ist eigentlich meine Mission, dass ich den töte, ne? Ja, dann töten wir die, die einen töten wollen. Nein, nein, ich mach jetzt einfach weiter. Doch, schau, da hinten ist der Nächste, den ich töten muss. Ich will das, dass er einen treffen. Ich werde wieder vorbeischießen, so wie vorne. Yes, gehadgett. Alles reloaden. Ich will die Peile, irgendwas Spezielles. Die mache ich einfach ultra viel Schaden. Warte mal. Ah, da rauf kommen wir mal. Wir packen die übelsten True Moves aus. Jeder, der immer klar geht, kennt sie aus. Die anderen. Können sie aufhören, auf den armen Ohlin zu schießen? Der kann eigentlich auch nichts dafür. Ja, das ist mit dem Spül los. Warte mal, den töten wir jetzt auch. So. Der ist einfach... Oh, oh. Er hat gerade geschrien, ich habe sie. Ja. Dieser Ohlin wird so gemobbt, alter. Das ist sicher tot, oder? Nein, er ist jetzt gerade gestunt. Ja, und ich glaube, er ist sogar der letzte gerade. Wir sind nur... Wir haben doch noch welche andere. Nein, ich glaube, ich habe gerade ziemlich viel sogar umgebracht. Ich glaube, ich habe jetzt 5 Leute getötet, wenn du überhaupt. Ja, ja, die anderen haben sie alle selber umgebracht. Nein. Ah, da ist noch einer. Die Maschine muss eine andere. Stimmt. Die Maschine attackiert die ganze Zeit, die sie wohl sind. Ich habe keine Stöcke mehr. So, jetzt gehen wir auf die Maschine. Oh, da ist noch einer. Egal. Einer, der wirft mit Stein nach uns. Wir fliehen wir wieder nach dem Ohlin. Alter. Can you? Wir schießen gerade mit Feuerpfeiler auf den. Weil der ist... Der gönnt sich nicht so bei Feuer. Also... Aua. Ja, der mag Feuer nicht. Oh, wir müssen mit anderen Pfeiler weiter raufschießen. Ich glaube, die gehen die Pfeiler auf. Ja, ich glaube, ja. Dann dürfen wir uns diesen Typing mit Nachhaufe besiegen. Und das wird... Das wird lustig, ja. Nein, das ist ja. Da haben wir die ganzen anderen weg. Da ist der Ohlin. Kannst du den in eine Art mitnehmen? Ah, da haben wir seinen Schwachpunkt. Den können wir übrigens analysieren. Ah, da. Sein Schwachpunkt. Und da. Wir haben auf das zu sch... Danke, Stein. Also, nicht du jetzt, aber... Hallo? Möchten Sie treffen? Nein. Hättest du nicht eigentlich einmal sein, dass Feuerpfeiler aufzunehmen? Aua. Fuck, ich habe echt keine Pfeile mehr. Ups. Unangenehm. Aua. Tja, aber ich bin gerade... Aua. Ja, jetzt habe ich... Jetzt sieht man, dass sie... So, ne. Das war dumm, aber... Tauf. Komm, wir töten den jetzt. Yes. So, jetzt schauen wir ein bisschen... Looten da. Stufe 12 erreicht. Geil. So. Wir dann jetzt unsere Aufgabe... Einmal erfüllen. So was fragt man doch nicht. Guck. Da sieht man da nix. Können wir uns jetzt eh noch mal anschauen. Na? Also doch. Sehr realistisch. T-Bag. Oh, das war kein T-Bag. Das ist T-Bag. Oh ja. Äh, war ihr mehr von Horizon Zero Dawn? Sehen wir jetzt. Und wie, äh, Seih-Geschichte da weitergeht. Also wie, wie seine Taten da... Leichenschändung. Äh, weitergeht. Äh, drückt den Like-Button und schreibt es in die Kommentare. Ja oder nein? Ähm, und ja, jetzt kann man noch ein paar... Ja. Stein, willst du auch noch was sagen? Ja, nix nachhalten. Tschüss. Hallo, tschüss. Okay, warst. Tschüss. 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 Tschüss.